Hier ist echt so. Grüß euch meine Lieben. Die waren hier am Start hier mit Hoppi. Ein bisschen Spielbank hier rumfuchteln. Ich habe mich eben verdrückt hier mit den Einsätzen. Da habe ich auch 10 Euro am Spiel. Ich habe aber gar nicht mitbekommen. Gucken wir mal. Wir haben hier noch ein bisschen Korn. Nee. Warum werfen wir die drei Drachen oder was das da ist? 16 Mäuse. Wow. Ja, der Staubfänger soll mal einmal in diese Sterne gehen, weil dann hast du die Chance da auch auf diesen verdrecksten Jackpot, weißt du? Naja. Und hier die Kackdrachen da, die gibt er normalerweise öfters, weil die eh nichts schmeißen. Sind zwar Freispiele, aber das bringt ja nichts. Gucken wir mal rein hier. Aber der schmeißt nichts. Du wirst jetzt sehen, der gibt jetzt 20, 30 Euro, der Affenarsch hier. Oh Gott, das Welt. Oh Gott, das Welt. Glaub mir. Guck dir das jetzt an, was der für eine Staubwolke schmeißt. Guck dir das mal an, die Kuhscheiße hier. Guck dir das mal an! Guck dir das mal an! Guck dir das mal an! Ne, da kommt nichts, Alter! Die Pisshühner. Die verfaulten Gacker hier. Was? Ja klar! Die Freispiele kannst du hier knicken, Alter! Guck dir das mal an, Dicke. Hier. Nee, nee, das ist mit dem Bett so. Hast du gesehen, wie asozial? Ja. So? Oh ja. Ja, das war eine Pissflatsche. Ja, musst du warten. Manchmal hat er so einen Haker da. Ja, die Geräte sind eigentlich auch nur gut für Falaba, für mehr und nicht. 75 Cent, Junge. Dafür kriegst du ja nicht mal eine Kugel Eis. Was ist das für eine Pisse? Schön dicken. Ja. Ja. Ja, weißt du Bescheid. Komm. Ach, komm. 3,50 Euro. 3,50 Euro. Sieht nach einer Scheißbahne aus. 2 Euro. Ja, klar. Ja. 5 Stück. 10 Euro? Noch nicht mal. 5,50 Euro. Alter Schwede. Guck dir das an. Wir sind vielleicht jetzt in 10.000 Walls für nichts. Und letzter Dreh. So, machen wir hier weiter ein bisschen. Was? Pinopio? Nee, habt ihr nie gesehen. Hat der Jackpot mal drei oder was? Krass, der hat ja voll den Jackpot rausgeholt. Was? Nee, der hat ja mal drei noch. Nee. 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 Ja, der hat sich jetzt schon ausgekotzt mit den ganzen Jackpotten. Dann gehen wir die letzten paar Drehs noch auf fünf Euro Leute. Dann muss ich Video mal stopp machen. Was? Spiel doch. Ja. 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 Wollmelonish Zuschauer sein. Das ist ein�ur. Kommt noch ein, ey, ein Schwanz. Tja, Leute, ich mach mal auf Stopp hier, schade.